Ich besorge dir, bitte. Das weiß ich. Hier bin ich falsch. Was hängt denn da aus? Was soll denn das? Du enthält Items für den Schutz wie Bauelemente, Stromversorgung, Schlafmöglichkeiten, das ist schon mal super. Schlafstelle brauchen wir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Erstmal nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Das ist toll. Das ist toll. Okay, dann machen wir es jetzt auch nochmal für den Herrn gemütlich. Das ist toll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, dass du da bist, Mäschonok! Entschuldigung! Wer ist das? Ich habe ein bisschen mehr Fragen. Wer bist du? Was? Ich bin schuldig, Mäschonok! Ich bin schuldig! Ich weiß, dass du bist! Und ich weiß, dass du sie suchen! Ich denke, dass ich das erst genug ist. Ich will dir etwas zeigen. etwas sehr wichtiges. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wir müssen uns selbst treffen. Du musst es verstehen. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich will nicht in eine andere Laufhebung. In eine Laufhebung? Was? Ich will, dass du alles gesehen hast. Wir treffen uns im командischen Zentrum RADAR-DUGA. Du kennst du das? RADAR-DUGA? Wer bist du? Ich weiß nicht. Ich habe dein Gespräch gehört. Was hast du gemacht? Wahrscheinlich, dass ich mich mit einem älteren Freundeskreis mit einem älteren Freundeskreis. Das ist die wichtigste Geschichte dieser Freundeskreis, Tom. Warum ist er noch nicht mit einem Kugel und nicht mit einem Gala-Piridol? Ich denke, er kann etwas wissen. Es ist mir wichtig. Natürlich. Er kann etwas wissen. Er kann einfach, wenn er will, wenn du dir deinem Teuf und deinem Teuf und deinem Teuf und deinem Teuf und deinem Teuf. Ich denke, dass es eine gute Idee ist. Es ist zu ähnlich wie eine Laufhebung. Es ist eine Laufhebung. Aber wir können ihn nicht ignorieren. Es ist eine Laufhebung. Es ist eine Laufhebung. Ich werde sehr vorsichtig. Es ist die Laufhebung. Und ich versuche dich. Ich würde mich nicht auf den Kugel hinein zu bekommen. Ich würde nicht gerne auf den Kugel. Es würde ich über den Tarkantien bedenken. Ich werde ohne ihn nicht auf den Tarkantien. Ich werde ohne ihn überlegen. Du bist auf die Erebung. Es wird mir sicher. Aber dieser, der Kugel, schon weiß, wo wir. Vielleicht er sich und seine Freunde mit uns verarschalten. Hier ist eine gute Zeit für die Anarche. Wir können hier sein und schreien, wenn man will. Ich bin dein strategisches Gefühl, Oliver, aber ich muss das machen. Okay, Igor, was weiter? Okay. Also, das haben wir schon gemacht. Ja, ich brauche noch eine schnelle Mission, meine ich. In der Basis ausfühle ich auch eine Mission. Aha. Okay. 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 Ich bin mir nicht sicher, aber ich muss das ja trotzdem tun Ich habe hier gerade Chance Ich habe hier eine Pugende, Stalte Machina Ein Wunscher Ein Wunscher Ein Wunscher Ein Wunscher Ein Wunscher Aber hier bist du oder ich? Es ist schon lange, aber jemand muss es sich erinnern Einer muss es wissen So, hm. Untertitelung des ZDF, 2020